Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde, ach, da ist wieder nichts drin, Skywars. Ich hab gute Sachen. Ja gut, ich nicht. Das weiß ich. Ist nach längerer Zeit wieder mal so, dass wir eine Runde Skywars aufnehmen und die sogar kommentieren. Nein, doch. Und hier ist glaube ich schon jemand. Ja, ich meine das auch. Gehört überhaupt nicht. Ich hab hier noch Schuhe. Ich bin... Alles klar. Geil, ich hab davon nichts bekommen. Ich aber auch. Ach, da sind's ja zwei. Hallo, kommt hier mal. Party, Junge. Party, Party. Komm mal her. Ja, Party, Party. Ja, kommst du her, kommst du raus. Und der eine ist tot. Und der andere auch. Er hat eine Pelle. Ja, der hat ja nicht... Ja, der ist mit anderen Leuten hingelaufen. Ich hab zwar auch eine eine Pelle, aber ich bin ein bisschen zu riskant. Ja gut, ne, dann würd ich... Och Gott, guck mal da drüben. Party. Da hab ich hier grad auch hingeschleudert, ey. Da hat der sich dann nach hinten geworfen. Ich hab hier noch Glückis. Ich hab hier noch Glückis. Warte, 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 pass auf, die könnten hier... Ja, da oben ist der da, oben. Ich muss ganz... Oh Gott. Ich hab die eine Pelle aus der Hände geboren. Nein, die ist angekommen. Wo hast du hingeschmissen? Da ist mein erstes Leid. Ich hab den Hotkey. Ja, gegen eine Waffe. Bist du tot? Ja. Ach, als ob, Mann. Ja. Ja, ich klack mal, was die mir denn für eine Combo-Bombo... Ja. Ich bin auch tot. So, dann mal die nächste Runde. Diesmal mit einem krasseren Kit. Das... Maged Kit. Und die ist immer noch beim Pyro-Kit. Genau. Ja. Das einzige Nachteil ist halt, ich hab schlechte Rüstung. Obwohl so schlecht ist die gar nicht. Ich brauch nur noch einen Helm. Die Party geht ab und ich sag, ich bin weg. Ja, bin in die Mitte. Ja, boah, wie soll man denn da hinkommen? Denn die ist hinterher. Ja, was geht schon? Ah, das ist ja schon. Keine Blöcke. Ich hab keine Blöcke. Also, bau mal. Aber wie sind die achten? Nur da. Hallo. Ich komme. Oh, hier war noch keiner an der Kiste. Auge auf, ich komme. Der Typ müsste gut gerüstet sein für mich. Was? Das Ding schreckt mich ab. Hallo, wo läufst du hin? Ich bin gar nicht hinter dir. Ja, Typ. Ja, ich hab noch Stärkung. Ich laufe in die andere Richtung. Hat der lieber gerade eine Lohr gehabt? Das ist doch eh. Ja, hat der Typ mir gerade hingesetzt. Der Typ hier. Ähm, der Typ hat irgendwas drin. Ich weiß nicht genau. Aber der Typ, der hat mich runtergeschlagen. Der hat kein verzaubertes Schwert. Doch. Der hat einen Knockback-Stick. Der hat mich nicht mit dem Knockback-Stick gerade runtergeschlagen. Warte, warte. Der hat mich mit seinem Schwert noch runtergeschlagen. Der hat auch noch zwei Herzen gehabt. Der ist trotzdem richtig komisch gelaufen. Der kam mir nicht gerade real rüber. HD-Brustleute hab ich auch. Knockback-Stick nämlich auch mal mit. Kann man ja immer gebrauchen, ne? Ich hab 30 TNT. Und es leben nur noch zwei Leute. Ja. Ich hab' in der Hitze. Kommt, willst du noch stärker haben? Kann mir das lustig sein. Viel Spaß. Ich muss erst mal so gehen. Hallo Freundchen. Er ist runtergesprungen. Ich glaube, dass er irgendwas hat. Er hat Schneebälle überhaupt neu. Wow, there were one hit. Hätte ich nicht jetzt Schneebälle. Was machst du denn? Ich will hier stärker regieren. Mein Gott ey. Wir gehen in die Mitte. Okay. Das ist mir schon klar. Das heißt, sie haben einen wunderbaren Weg für uns gebracht. Ich hoffe, du hast die letzte... Ich hab' beide bekommen. Ich hab' fast runtergefallen. Und zwar? Beide fast gleich. Ich geh mal kurz hier runter. Das ist jetzt die neue Mitte, wie ihr sehen könnt. Sieht etwas anders aus wie vorher. Die haben nämlich irgendwie den Spawner weggemacht, weil, wie ich bei den Watties gehört hab, konnte man irgendwie durch die Spawn-Eier, die man hier bekommt, die Blöcke wegmachen. Äh, die Blöcke weg... Das Spawn-Ding hier ändern, was hier rauskommt. Äh, wo sind denn die Gegner? Da rechts. Soll ich den mal holen? Ach, ist halt einer nur. Hinter uns. Da ist auch noch einer. Sind das nur Einzelne? Ach, das nehmen nur noch Einzelne. Bist du da? Achso, ich dachte schon, weil du die Musik gemacht hast, dachte ich, dir wäre es losgelaufen. Ich hab' keine Musik gemacht. Ich hab'... Ich spiel' die Musik. Ah, alles klar. Ich hab' aber Null. Und das ist nicht ne schöne Zahl für mich. Komm, 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 komm. Oh Gott, der macht mich... Oh Gott. Alles klar. Als ob der dich wirklich gemacht hätte. Ja, ich hatte gerade die... Hallo? Mega... Legs. Wo bist du? Geh' nur den unten kühlen, ich geh' den da oben holen. Ja. Hauptsache kein Wasser einmal, aber ich hol' den mir. Hier unten ist keiner. Ah doch, ganz unten drin. Na ja. Ich hab' ihn. Okay. Der hatte ne Bergarbeiterspitzacke und ich hab' mir gedacht, der baut mir jetzt den Weg ab. Aber was hat der gemacht? Nix gemacht und dann... Nein, der eine hat ne Angel. Ja, ich komm' hier wieder. Ach Gott, ey. Warum sind's immer so nervige Leute? Jetzt baut er sich zu mir hin. Ja, komm. Ja, komm. Ach, ich hab' doch Schneebälle. Lass' ihn kommen. Ach, komm, was... Komm, ich hab' mir drei Herzen getroffen. so, die wunderbare Map Squem wird die letzte Map sein die wir heute spielen. Dann ist das Video schon fort bei. Und wir sehen uns erst fünf off teaspoons wieder abends oder morgens wieder. Ist das morgens mittags? Es ist so terrükiell. Da! Ja, nein! Der Schwert, ich wollte比 програм second, In communist, aber es ist es nicht. Ist da jemand eigentlich? ich wollte schon mal rein weil man da in der perle ist da drüben hallo sagen das ist schöner noch für zur bewährung bauen wir beide eine ist ein haus und andere ist unten im haus und down ist gut um ich gehe da erzählen Ich bin am Brennen! Ich bin schon wieder am Brennen! Leuchte mich doch mal! Geh mal kurz hin! Womit ich nicht umgehen kann? Ach so, so gibt's ihm das. Ich dachte du... Er ist runtergesprungen. Als ob er runtergesprungen ist! Geil! Ich bin tot, ich bin tot! Viel Spaß mit dem Team noch, ne? Ich fuhre weg! Boah, das spalte mal! Hoch! Und ich mach das auf einmal hier runter. Eines raus machen! Eines raus machen! Ja, ich bin noch unterwegs! Spannende Kampf! Es ist immer schön, dass sie die Trant aufhören. Ich möchte mal ein bisschen zeitlich noch stehen, ich hoffe, dass ich mich so runter Wie viele Leben hast du? Er wirft die in der Pelle. Ich muss noch was essen. Der hat auch einen Impaler, wirf dich hinter dem einen dann. Ich schwöre mich erstmal lieber ein bisschen, ich bin doch nicht so voll. Spinnenweben. Bau ab. Brauchst du keine Axt? Nein. Ich glaub ich ne Axt hätte, ich hab aber auch keine Spitzen. Wieso kann der mich hier rausschlagen? Das frag ich mich ja eben. Aber wenn du noch weg bekommst, mein Gott. Ja, aber doch nicht vom Spinnennetz. Doch. Kann ich auch aus den Spinnennetzem rausschlagen. Jo. Ja. Ich dachte schon, er wäre in die Mitte gefallen, aber ist er nicht. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat... Ich hab mich festgehalten. Ich wär drin gewesen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und machs gut, bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.